Hallo und herzlich Willkommen zurück zu Zelda Breath of the Wild mit mir dem Poterzo Und ich habe da noch eine kleine Höhle entdeckt, während ihr geschlummert habt Oder was auch immer Ja Ist da noch eine Höhle Mit einem Vollidioten drin Wir haben den Einsatzhaft verfehlt Aua Warum trifft der mich früher als Erkling Aua Ist gut jetzt So Wie schnell ist denn der? Der kann doch gar nicht Hallo Hättet ihr die ganze Zeit Hättet ihr geköpft gegen 8 Millionen von deinesgleichen? Hm Und nochmal hinten in den Nacken rein Verdient Knombrockstock Hm Einfach mal mitgenommen Den haben wir schon glaube ich Warte mal Den lassen wir trotzdem bekotzt fallen Um den einfach zu fotografieren Weil ich glaube den haben wir noch nicht Fotokamera an Und fotografieren nochmal einen Flederbeißer Okay den haben wir schon Aber wir haben noch nicht das oder? Wir haben noch nicht das So Dann werfen wir da Schnell Bomben rein Wir werden beobachtet damit wir in ruhe unsere höhle plündern können doch nicht runter wo ist die bombe hin und nehmen sie bitte auf link und wirft ihr dahinten so manieren topaz saphir ein bärnstein und saphir und bärnstein sehr 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 schön geht es jetzt hoch hinauf auf den und auch endlich mal sehr schön sehr schön mit unserer heilwollrüstung das ist ein vogelfiech ich dachte das wäre ein gegner und das muss man überraschen was es hier so alles jetzt auf uns zukommt ich frage mich ja sieht schon sehr 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 cool aus muss man ja so sagen und ich würde begrüßen wenn wir mal auf so einen hügel drauf gehen weil ich glaube da sind schon einige an crocs versteckt wenn nicht so auf den wenn wir da nicht schon oben waren ja bei dem werde ich doch mal gucken ob wir da oben waren ich bezweifle es aber da waren wir noch nicht oben gut da wisst ja wo es jetzt gleich hinauf geht mit linken höhle bitte keinen sonnenbrand wie schön ich jetzt auch lieben kann ich jetzt auch auf so einer quelle sitzen würde das wäre schön das wäre wunder wunder wunderschön wenn die welt noch schöner wäre es natürlich wenn die welt ja ein bisschen in ordnung wäre äh 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 also besseren zustand wäre wir holen uns klettersachen und dann halt die stinknormale hose geht's diesen unauffälligen kleinen bügelchen hier hinauf so ok springen wollt wir laden unsere ausdauer noch mal schnell aus so versuchen wir auf den ersten vorsprung hier zu kommen so gut ein bisschen aufladen und dann kannst du auch wieder weiter gehen link klettert fleißig diesen berghang hier hinauf guckt euch das an leute das ist schon sehr 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 schön auch mit der sonne hier der vulkan das spiel sieht einfach gut aus muss man mal einfach so sagen extrem extrem atmosphärisch so so wir gucken mal kurz hier laden unsere energie wieder auf und gehen jetzt noch weiter nach oben laden hier wieder unsere energie auf so gut wir sollten jetzt vielleicht nicht springen können wir hier nochmal unsere energie aufladen wir können hier nochmal unsere energie aufladen so ich glaube jetzt kann man auch hoch springen und wahrscheinlich sind wir vollkommen umsatz hier hochgelaufen was wir aber sehen ist das wo ist eigentlich der andere ach der ist da gut also da wird wahrscheinlich also haben wir hier wahrscheinlich noch zwei gedingens pumse äh zwei tempel schreiner und den schrein war auch ziemlich lange nicht mehr drin also ihr wisst was jetzt kommt leute wir gehen seit langem wieder in einen schrein der schreint ja nach uns ja ja schreit in der nähe schrei mich nicht so an was ist das denn für eine blume die hat man noch gar nicht ne also würde ich sagen rote aber rate die hand und es ist na komm ein normales ritter schwert hatten wir noch nicht im album so gut ja jetzt wird wieder blüm blüm gemacht eigentlich sollte ich das lieber bei kisten machen ne das wird glaube ich bei kisten wesentlich spannender weil die schreine die sieht man ja eigentlich relativ gut das ist relativ das sieht man auch gut jetzt wird es glaube ich auch langsam warm wir sind das erste mal glaube ich auch auf lava näher also richtig in lava näher die tut bestimmt weh nein lavat gut nicht weh ist noch mal ein bisschen warm Link das hieß gerade du sollst dich festhalten nicht ich rutsche runter denn es kann sein wenn wir hier runterrutschen das ist oh wir kriegen schaden das heißt wir pfeifen uns jetzt das hier rein 13 selten komm ja was brennt hier denn du brennst nicht dieser hat doch nichts brennt gut wir nehmen aber unseren dingens hier und schlagen die erze klein was ist das für komische musik also sogar und nehmen wir unser retterschwert wieder und da unten ist le schrein gut auf die das hätten wir auch gar nicht wir kommen ja eigentlich dann wieder weg ich sehe schon wieder weg kommen ich hätte mir auch so hinbekommen sollen gut ja kannst du mal vielleicht und deine normale Falle werden wir verbrennen ich will deine lanze haben wie es deine lanzen sind toll gib dir die was werfen wir weg und tschüss werfen wir die einfach in die lava rein so dann gehen wir in den schrein und es passt auch noch in die folge das ist schön ja das ist sehr schön ja sehr sehr schön ja und erstmal strecken und strecken kurz aus dem Fenster schauen so sieht die Wetter so draußen aus windig nicht so heiß wie hier hier sind gerade 9 Grad sind gerade das ist sehr schön kalt balan sehr ach balanceakt balance hört sich ja beeindruckend an so erstmal gucken wir ob wir damit was reißen können nein wir können damit die hoch und runter schrauben so wie es aussieht oder so keine ahnung und hier können wir die anheben ah ich hab nicht mhm können wir die raus heben ne gut mit denen können wir gerade nicht großartig anfangen und mein Auge guckt wieder so das sieht schwerer aus da sind Steine da sind Steine probieren wir mal das hier ich überlege die Kiste dazu verbrennt weil mir nichts anderes einfällt gut das oben sind komm mal durch dafür kommen wir Bombenpfeile Bombenpfeile aber aber noch einen gut gut fängt das was wir nehmen den Bogen wir nehmen den Bogen verbrennt verbrennt diese Kiste da hm guck mal wir haben die wir sind schon mal an der Truhe dran so das bekommen wir ein kleiner Schlüssel war vielleicht sogar so gedacht was macht man hier eigentlich ok ok was macht man eigentlich wenn man kein Feuer hat hätte man die auf anderen Wege zerstören müssen irgendwie jetzt bestimmt ich dachte mal her komm mal raus da willkommen willkommen ist hier unten ich kann ja hier drauf ne ich kann ja hier drauf ne wir können nicht da drauf gut ok ich hab ne andere Idee wir brauchen ähm noch mehr komm so ich hab ne Idee wie wir hier rauf kommen wie wir hier rauf springen das würde ich sagen mach mal so mach mal so wir holen jetzt andere noch und zwar ach so kommst du hier hin hier hin wir gehen hier auf das und ja und hoffen dass das geht ja nee ok vielleicht ok wir ich hab ne andere Idee wir drücken das jetzt mal nach oben wir wir drücken es nach oben ja wir drücken es nach oben Ich hab ne Idee, wir müssen noch mal hier drauf. Ein bisschen mehr, vielleicht noch mal hierher. So, danke schön, dass wir raus. Bitte hierher. So, wir stellen uns dann da drauf und lassen uns einfach hochziehen. Und das sollte dann in sich auch kein... Ich sag nichts. Nein, Link! Sollte in sich auch kein Problem sein. Und hier hoch. Okay, kletter hier hoch, so. Eigentlich muss der Bogen doch danach richtig zugedellt sein. Öffnen. Was finden wir da drinnen? Ein Ritter, zwei Händer! Guck, ist ja kein dieser Platz, ne? Wegwerfen. Wegwerfen. Es tut mir leid, Eisstab. Aber, es gibt Sachen, die sind eifern, einfach nur eine höhere Priorität. Aber, was wäre Crackness eventuell? Genau das. Und ich glaube auch, dass... Doch, den Ritter zu Ende haben wir. Gut. Ich bin noch... Ich bin noch quasi richtig... Ich muss nur das hier machen. Ich habe mich gerade gewundert, dass ich noch... Oh, du brauchst doch. Guck, ich stelle mal hier hin. Ich werfe mal runter. Halt ab, Mann. Gibt es da hinten eigentlich irgendwas? Weil hier ist so viel Freiraum. Und da ist einfach nichts. So. Und... Oh, okay. Daran habe ich jetzt nicht gehabt. Gut. Wir nehmen unseren letzten Bombenpfeil. Äh, bekomme ich jetzt so wieder runter. Ja. Dann lasse ich mal hier stehen. Boah. War das knapp. Aber wir haben das Rätsel gelöst. Jawohl. Oh. Schön. Jawohl. Komm, gib mir es. Gib mir es. Gib mir es. Jawohl. Ich bin der rauserwählte L. So, da haben wir wieder eins nach sehr langer Zeit. Und... Ich würde sagen, es hat mir sehr gefallen, dieser Dungeon, der war sehr, der war nicht zu kompliziert, der war nicht unfair, er war wunderschön. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich von euch. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Bala-bala-bam. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020